Hallo Freunde der gepflegten Schnäppchenjagd und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, das mich persönlich natürlich betrifft, nur deshalb mache ich es. Denn wie ihr alle wisst, ist diesen Freitag Black Friday, der traditionell am ersten Freitag nach Thanksgiving gefeiert wird. Und Thanksgiving ist im amerikanischen Raum traditionell immer der vierte Donnerstag im November. Und das wäre dieser Donnerstag. Hinzu kommt noch, dass seit einiger Zeit die Woche vor dem Freitag oder bis zum Freitag hin als Cyber Week bekannt ist und startet mit Cyber Monday, ebenfalls mit vielen verschiedenen Angeboten. Und ich das letztes Jahr verpasst habe, dass ich Black Friday eingeschaltet habe und mir gedacht, weißt du was, machst du ein Video darüber, dass es euch nicht so geht wie mir. Denn bei mir sind einige Anschaffungen geplant. Ich brauche einen neuen Computer Tower, ich brauche ein neues Netzteil, ich brauche einen neuen Mikrofonhalter, einen Rasierer und eine tolle Vakuumiermaschine. Das hört sich jetzt nicht so spannend an, aber man kann hier einiges sparen. Und einerseits kann man das natürlich auf Amazon machen, indem man hier auf Cyber Monday klickt und sich hier die Kategorien nach Relevanz anzeigen lässt oder aber nur die Kategorien der Schnellangebote. Denn es gibt immer zwei Angebote, die Angebote des Tages und die Blitzangebote, die maximal sechs Stunden verfügbar sind. Und da es mich natürlich für Computer und Superhör mehr interessiert, schalte ich einmal auf Computer und Superhör und danach natürlich, um meine Vakuumiermaschine zu erhalten auf Küchengeräte. Manche Angebote sind nur mit Amazon Prime Mitgliedschaft zu holen, andere zum Beispiel für den Kurzangeboten kann man eine halbe Stunde früher reservieren, wenn man Prime Kunde ist. Und wer keinen Bock hat, 70 Euro dafür im Jahr zu löhnen, zusätzlich natürlich zum Videoangebot, kann das ganz einfach mit einer 30-Tage-Probemitgliedschaft machen. Vorzugsweise natürlich, wenn ihr meinen Link dafür benutzt unter einem meiner Videos. Aber wenn ihr das nicht wollt, ist das auch egal, denn das Arbeit auch echt nur 30 Tage ist kostenlos und dann habt ihr den Black Friday drin, könnt natürlich nebenher auch Videos schauen. Das gibt es auch für Hörbücher und für Musik. Einfach mal testen. Wir haben das so gemacht vor zwei Jahren und sind dann hängen geblieben. Also uns hat es sehr gut gefallen, Video on Demand, aber das ist eben selbst überlassen. Wer nicht Lust hat, immer wieder auf Amazon zu schauen und alle anderen Händler auch noch sehen möchte, kann sich einer der vielen Seiten, zum Beispiel in MyDeals, bedienen. Und eines ist kein Product Placement. Ich benutze diese Seite nur gerade, weil ihr auch aufs Handy die Benachrichtigungen schickt, wenn denn ein neuer, heißer Deal für die Produkte, die mich interessieren kommen. Und da sieht man auch die ganzen Händler, die letztes Jahr dabei waren. Ein paar sind jetzt schon dabei. Es ist gerade am Beginn 2017. Aber es sind doch einige Marken, die man ansonsten aus den Augen verlieren kann. Und quasi hier auf dieser Plattform von allen anderen Anbietern zusammengeschrieben wird. Man sieht das Möbelbillie. Hier ist ein Angebot von Amazon. Dazu konnte man schon am Sonntag kurzfristig eine Gainware 1080 für 370 Euro ergattern. Ich glaube, es waren nur drei drin. Die waren natürlich schnell weg, aber das ist dann doch mal eine Ansage. Und das war es schon mit diesem Video. Wie gesagt, war nur eine kleine Info, dass ihr das nicht verpasst, wie ich letztes Jahr, ich werde mich dieses Jahr dran halten. Ich habe alles angemacht. Ich hoffe, 30 bis 40 Prozent zu sparen. Ganz wichtig ist, und das ist jetzt eine kleine Warnung, kauft nur die Dinge, die ihr braucht. Am besten, die ihr schon gebraucht habt, bevor ihr euch die Angebote angesehen habt. Und ihr ungefähr wisst, wie viel sie gekostet haben, als sie noch nicht reduziert waren. Denn es kann durchaus sein, dass manche Händler dies benutzen, um eine 20-prozentige Preiserhöhung vorher einzuführen. Und dann 30 Prozent Reduktion darauf zu geben. Dann haben sie zwar immer noch 10 Prozent weniger verdient, als beim Normalangebot. Aber, ihr wisst es, Menschen sind Schnäppchenjäger. Jäger und Sammler, die kaufen auch mal unnötiges Zeug, wenn draufsteht, bist du 50 Prozent reduziert. Ich danke fürs Zusehen. Was kauft ihr euch in dieser Woche? Das würde mich noch interessieren. Und wenn ihr irgendwo ein Schnäppchen seht und gerade dieses Video seht, postet es unten rein. Kann durchaus sein, dass es jemanden interessiert. Wir sehen uns dann schnell wieder im Video um 16 Uhr zu den Klanggefechten. Ciao.